Willkommen zurück beim Stream. Keine Ahnung was da gerade los war. Irgendwie hat der Stream kurz abgebrochen und neu gestartet. Keine Ahnung warum. War kein täglicher Disconnect oder so. Hm. Sehr komische Sache. Aber egal. Äh. Waren wir erstmal weiter. Okay. Wie jetzt? Oh ne. Das ist jetzt ein Witz. Oh Gott. Ich krieg noch ne Krise. Berückt. Na kann ich dir gleich sagen. Kann ich dir gleich sagen. Ich muss kurz was machen. Hm. Ah. Ah, super. So eine Scheiße, ey. Aber eine Stone... Es ist eine Stone Foundation. Keine Ahnung, wie das passiert. Es ist aber die Scheiße drin gewesen. Und deswegen kann ich jetzt eine Wand da nicht hinbauen. Darf ich also alles abreißen, das ist viel, und nochmal hinbauen und gucken, dass ich das angemacht hinkriege? Schon. Scheißdreck. Das ist mir jetzt richtig an. Wer? Oh, laufen die alle Böhrchen der? Aha. Gut, dass ich zuerst das in die erste Reihe setzen wollte. Deswegen wollte ich hier auch die erste Reihe setzen, damit ich nicht weiß, ob wirklich alle Wände stehen können. Immer wieder lustig. Immer wieder lustig. Komm, boah, schneller. Ah ja, aber zu wenig Holz oder was? Äh, zu wenig Stein mitgenommen oder was? Neh mir nochmal ein bisschen Stein mit. Ist ja auch nicht das Problem. Ich kann mich bewegen. Äh, zu wenig Holz. Ich kann mich einfach mal in die nächste Reihe setzen. Ich kann mich wirklich anschauen. Ich kann mich nicht mehr, wenn es nicht so ein bisschen wie das ist, ob vielleicht etwas russisch. Es war auch nicht, ich kann mich nicht mehr so machen. Ich kann mich nicht mehr auf das in die Reihe setzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Da hast du ja nur einen Freund gefunden Ja, du mich auch Ja, du hast du ja nur einen Freund gefunden Ah 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 Ey Willst du mich lange verarschen? Jedes Mal im letzten Moment, wenn ich setzen will Boah Ey, lange dauert jetzt einen Haufen Keks Nix Nix Ah 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 Oh, ich hab kein Futter mehr. Ich brauch Futter, 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 sonst bin ich gleich tot. Gut, dass ich immer Futter hier drin hab. So, gleich mal mitnehmen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und vielleicht auch gleich gebaut, oder nicht? Ach, stimmt ja. Ja. So. 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 Boецnissen. Boah50, Alter. Oh Gott. Boah temporal variiert. Oh Gott. na 일�yscy继 lol Gladui. mal gucken ob das geht was ich vorhabe müsste glaube ich gehen wegen ihrer das ist nämlich so jetzt ein paar stone foundation zu viel und fans foundation aber egal wie wohl weil dann erst mal hier waren die dinger ja